Ja, hier fährt eine Mutter um ihr Leben in Sizilien. Da frisst sich gerade, fressen sich Waldbrände im Süden durch die Insel. Sizilien, das liegt ganz im Süden von Italien und die Mutter ist da durch ein Flammenbeer gefahren. Also ich kann mir das einfach gruselig vorstellen, dass man da durchfahren muss. Also ich würde wahrscheinlich sofort Kehrt machen, wenn ich Flammen sehe, aber manchmal, pardon meine Stimme, manchmal, ja, hier flammt es schon. Ich brauche gleich einen Flammkuchen. Also manchmal ist es ja so, dass man, nein, das ist nicht witzig. Ich bin nur jetzt, weil ich draußen in der Natur bin und fröhlich bin, aber die Mutter, die rast halt durch und ich würde, ich weiß nicht, was ich machen würde. Es ist echt gefährlich, wenn überall Flammen sind, was willst du machen? Das ist die Frage. Ja, wie gesagt, die Mutter fährt und fährt und flüchtet vor den Flammen auf Sizilien. Ist auf jeden Fall heftig und ja, was wollen wir machen dann, ne? Was würdet ihr machen, wenn ihr irgendwo wärt und auf einmal wären um euch rum Flammen? Würdet ihr wahrscheinlich auch Reißaus nehmen oder flüchten oder irgendwo ins Wasser springen? Keine Ahnung, ich glaube, ich würde einfach die Beine in die Hand nehmen weglaufen. Aber man muss ja dann auch so machen praktisch, ne? Man muss ja praktisch dann die Nase, den Mund verdecken, aber das kannst du ja nicht. Wenn der Qualm so viel ist, dann kriegst du ja auch eine Rauchvergiftung. Also ganz heftig Flammen auf Sizilien und der Brand frisst sich immer weiter. Also ganz heftig Flammen. Also ganz heftig Flammen. Also ganz heftig Flammen.